Erronia So, wieder Feierabend Und was gehört natürlich zu einem Feierabend? Genau, eine Feierabend-Cola Oh, Wissi, Kuckuck Oh, Wissi Das ist eine Cola im Glas Weil im Glas schmeckt Cola natürlich am besten Und natürlich muss sie auch eiskalt sein Falls ihr euch fragt, was das für eine Cola ist Das ist die River Cola von Ja Die schmeckt einfach gut Und die ist gut und günstig Ich sag mal, das lohnt sich Ja, hab ich im Aldi gekauft Ist nur ein bisschen unpraktisch beim Autofahren Mit einer Glasflasche Aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg Hat es gerade geblitzt? Wo ist gerade geblitzt? Hier ist doch 50 oder nicht? Ich fahr doch gerade mal 80 Naja Die Sonne ist richtig schön am Schein Aber das trügt das Ganze Heute früh war es so eiskalt Es hat geschneit Und wir haben Frühling Und du gehst raus Und es hat geschneit Und dann denkst du wieder Wir haben doch Frühling Aber dann guckst du raus Und es hat geschneit Und irgendwie ist man dann durcheinander Was war das denn? Man sagt ja, Männer können nicht zwei Sachen auf einmal Weil Frauen können das nur Also Frauen sind ja multitaskingfähig Und Männer anscheinend nicht Also ich würde dem auf jeden Fall recht geben Ich glaube auch, dass Frauen mehrere Sachen auf einmal können Und Männer nur eine Sache Aber dafür machen Männer Die Sache richtig Und besser Und Frauen machen dann viele Sachen Aber nur hältst du gut Naja, ist ein bisschen übertrieben Ich würde vielleicht sagen Ein Viertel so gut Und wo du jetzt so durch die Stadt fährst Da siehst du ja überall diese Werbung Von dieser neuen Sendung hier Startup Was der Carsten Marschmeyer macht oder so Carsten Marschmeyer produziert oder Weiß ich nicht Das ist auf jeden Fall seine Sendung Worauf ich eigentlich hinaus will Geht der Typ eigentlich richtig auf den Sack Ist das nicht so ein richtiger Schmierlappen? Und der trägt eine Perücke Was ja nicht schlimm ist Wenn er sie braucht, dann ist das okay Weg, 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 fahr weg Mach Platz, mach Platz Ich komme Hallo, mach Blinker Leute, ich weiß nicht, was ich wieder erzählen soll Deswegen sage ich mal Danke fürs Zuschauen Und ja, bis zum nächsten Mal Ich wünsche euch allen eine ganz schöne Woche Einen schönen Start Oder schönes Wochenende Je nachdem, wann ihr das Video gesehen habt Bis dann, ne HDL Nee HDL? H H E L H E L Habt euch lieb Oder Habt euch lieb Erronia